Willkommen an Bord, meine Herren. Schön, euch zu sehen, Captain. Captain Jake Hormack, Captain James Cook. Es ist mir eine Ehre. Ganz meinerseits. Captain Cook hat eine recht beunruhigende Kriegslist aufgedeckt, die unsere Informationen bestätigt. Jawohl, eine Flotte der Royal Navy ist auf dem Weg nach Louisburg. Die Franzosen planen einen Überraschungscrew gegen sie, falls der Angriff gelingt. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Gentlemen, die Schlacht um Louisburg könnte sehr wohl der Wendepunkt werden, der diesem Krieg schließlich ein Ende setzt. Also was mich betrifft, ich habe genug vom Krieg. Möchtet ihr dann nicht das Kommando, Captain Cormack? Ich bin sicher, ihr genießt es, ein Schiff zu steuern mit echter Feuerkraft. Das sollte ich wohl, Captain. Möchtet ihr dann? Möchtet ihr dann? Vielen Dank.